Cannobio Cannobio ist eine Gemeinde in der Piemont-Essischen Provinz Fabano Cusio-Ossola, die vor allem wegen ihres Sonntagsmarkts bekannt ist. Hintergrund die Ortsteile, Distreti, Fraktionen, Fraktioni, und Weiler, Bagate, von Cannobio sind Campeglio, Carmine Inferiore, Carmine Superiore, Sinzago, Piagio Valmara, Pianoni, Ronchio, San Bartolomeo Valmara, Sant'Agata, Socredio, Socranio und Trafiume. Das Dorf liegt am Westufer des Lago Maggiore. Zu Zeiten der Römer war hier die Siedlung Cannobinem. Im Mittelalter im 13.13.Jahrhundert war es ein wichtiger Handelsort. Klima siehe Klima am Lago Maggiore Mit der Eisenbahn Cannobio ist nicht an das Schienennetz angebunden. Die nahegelegenen Bahnhöfe mit einer Anbindung per Autobus nach Cannobio sind die Bahnhöfe Locano und Verpanja, Bellanza. Mit dem Autobus die Verbindungen der Überlandautobuslinien Spahnsteil gleich Kala Doppelpunkt Raute FFFFFF, Background Kala, Nummer 3 A5894 größer als Corriera Extra Urbana, werden im Raum Cannobio vom Unternehmen FCO Transporti SRL, betrieben. Autobusverbindungen gibt es nach Ascona und Locano mit Umsteigen in Brissago circa alle zwei Stunden und einer Mittagspause. Nicht vergessen den Pass mitzunehmen, und nach Verb Anja, VB, circa stündlich, siehe Fahrplan, PDF, der Linie Nummer 3. Die Fahrkarten für die Strecken auf der italienischen Seite sind an den mit einem weißen T auf schwarzen Hintergrundschild ausgewiesenen Tabakwarengeschäfte um 50 Cent preiswerter als im Fahrzeug erhältlich. Zwischen Verb Anja und Cannobio braucht man ein Fahrschein der Preisstufe D und zwischen Brissago und Cannobio ein Fahrschein der Preisstufe B. Die Fahrscheine der Schweizer Busse der Fahrt zwischen Brissago und Locano haben keine Preisstufen sondern Zonen und sind deutlich teurer als in Italien aber man darf am Einstieg in Brissago in Euro bezahlen und erhält dann das Restgeld in CHF. Jedoch empfiehlt es sich an der A-Jib Tankstelle, die auch Wechselstube ist, gleich hinter der Schweizer Post, neben der die Busse halten, für einen besseren Wechselkurs als in die Banken in Italien oder der Schweiz zu wechseln. Kleiner Hinweis, in Italien wird ein Langstreckenautobus, wieder der Linie Nummer 3, mit Corriera anstatt Autobus bezeichnet das ein Omnibus-Fahrzeug im Stadtverkehr bezeichnet. Auf der Straße von Norden erreicht man nach dem Simplon, Domodossola von wo aus die Autostraße ähnlich ausgebaute Hauptstraße 33 bis Gravelona führt, dort würde der A26 beginnen, aber ab dort fährt man ostwärts auf der SS 34 über Verbania, Gefahr, Cannero. Bei Anreise über den Gotthard verlässt man nach Bellinzona 3 A1 um über die Hauptstraße 13 über Locano und Brissago und den Grenzkontrollpunkt in Piaggio-Valmara, das nach dem schmalen Maratal über dem sich die Grenzbrücke spannt benannt ist. Mit dem Schiff Auf dem Lago Maggiore, auch als Lago Fabano oder Deutsch, veraltet, Langensee bekannt, verkehren Kursschiffe der NLM, die an der Schiffsanlegestelle, Barcadero, Cannobio anlegen. Direkte Verbindungen sind häufiger in der Zeit von März bis Oktober, und führen von und auf dem Schweizer Nordabschnitt des Sees auch nach Brissago, Ascona und Locano. Sowie auf dem italienischen Südteil nach Cannero-Riviera, Luino, Verbania, Stresa und weitere Orte bis runter nach Arona. Schiffslinien mit Halt in Cannobio sind Spanstal gleich Kala-Route FFFFFF Background-Kala, Nr. 00CD1 größer als M A1 Schiffslinie Arona, Pfeil nach links und rechts, Verbania, Pfeil nach links und rechts, Locano gestione governativa navigazione Lagi Lago Maggiore, NLM Personen ab 65 Jahren erhalten auf Vorlage eines Altersnachweises wochentags eine Fahrpreisreduktion. für Fahrten auf dem italienischen Teil des Sees. Fahrten in das Schweizer Becken mit den italienischen Schiffen werden von Schweizer Seite extra besteuert, was sich in den erhöhten Fahrpreisen von und nach Orten in der Schweiz widerspiegelt. Sakralbauten Bauwerke Die Uferfront mit den Patrizierhäuser aus dem 16.16. und 17.17. Jahrhundert, mit ihren schmiedeeisernen Balkonen Festival 7. Januar, Patronatsfest der Heilige Frömmigkeit Festa Patronale della Santissima Pietà Umzug im Ort Das Ritual besteht herablassen einer Reliquie mit der Rippe des Christus, Sacra Costa, die dann von den Gläubigen geküsst und danach in einem Umzug begleitet wird entlang entlang des Sees zur Wallfahrtskirche der Heilige Frömmigkeit. Nachdem der religiöse Umzug beendet ist, trifft man sich in den Tavernen und Gaststätten des Ortes, wo die Speisekarte traditionell immer das gleiche am Abend eines jeden 7. Januar bietet, Pasta Fagioli con Luganega, Nudeln und Bohnen mit Luganega-Würste. 7, 8. Januar, Lichterfest Festa de Luminarie, am Abend wo die Bürger des Ortes Lichter auf die Fenstersimse stellen. Bootssport Verleih von Booten, Ruder- und Tretbooten, Pedalos, sowie von Wassersportausrüstung am Lido von Canobio, sowie Vermietung von Bootsliegeplätze und Einwässerung durch das Wassersportzentrum Tomaso Seal & Surf, TSS. Fahrradsport von der Gemeinde Canobio angelegte gemütliche Fahrradstrecke entlang am Fluss vom Lido bis zu zum Orido der Heiligen Anna. Seine Bergfahrer-Touren-Vorschläge sind auch als Buch für 6 Euro plus Versandkosten erhältlich. Für etwas anspruchsvollere Touren gibt es Online-Vorschläge, für auswärtige Radfahrer die die Gegend um Canobio vom Zweiradsattel auskennen zu lernen möchten, auf der Netzseite Canobio MTB von Gianni Vitelli, einem passionierten Bergfahrrad-MTB-Fahrer. Geländeorientierung örtliche und umliegende Openschache.com und geocaching.com geocaching stellen. Tennis-Tennis-Lehrgänge vor Ort können durch zwei von der Fedra Sivon Italiana Tennis, FIT, zertifizierte Lehrkräfte genommen werden, Vereine Veranstaltungskalender der Cannobiner Vereine Assoziationi Cannobisi. Einkaufen Cannobio bietet gute Einkaufsmöglichkeiten. Viele Tessiner fahren wegen der preiswerteren Lebensmittel nach Cannobio zum Einkaufen, obwohl diese wegen der Nähe zur Schweizer Grenze oft preislich höher liegen als weiter landeinwärts wie zum Beispiel in Werbanja. Vor allem der sonntägliche Wochenmarkt ist sehr gut besucht. Wochenmarkt findet jeden Sonntag von 8 Uhr bis 14.30 Uhr auf der Uferpromenade statt. Er ist einer der typischsten des Fabano, mit mehr als 290 Ständen. Eine wunderbare Gelegenheit, um Obst, Gemüse, Kunsthandwerk, Lebensmittel und vieles mehr kaufen. Die meisten der für Italien so typischen kleinen Läden findet man auf der Talseeachse der Straßen via Giovannola, nördlich der Hauptdurchgangsstraße SS 34, via Umberto I, zwischen Hauptdurchgangsstraße SS 34 und Brunnen, via Makoni, zwischen Brunnen und Seepromenade. Kaufhallen von Lebensmittelketten 2 Kaufhallen der Ital Konradkette 1 Kiloliter Kaufhalle der Franz Cafurkette, gegenüber vom Postamt Praktische Hinweise Auf Schiffsfahrten mit der NLM, auf dem Ital Teil des Seebecken des Lago Maggiore erhalten Senioren, ab 65 Jahre, wochentags eine Preisreduktion gegen Vorlage eines Dokuments mit Lichtbild. Ausflüge Ausflüge in die angrenzenden Nachbartengemeinden, Comunita, von Brissago, T, Canaro Riviera, VB, Cavaglios Bocchia, VB, Falmenta, VB, und Traigo Vigiona, VB. Auf der gegenüberlegenden Seeseite sind es Luino, V.A, Maxanio, V.A, Bino Lago Maggiore, V.A, und Ronsano Lago Maggiore, V.A. Vom ruhig gelegenen Sacro Monte die Gefahr aus kann man eine schöne Rundwanderung über Premeno unternehmen. Naturerkundung im Nationalpark Val Grande, aber auch in der Valle Canobina selbst. Durch das Tal der Canobina führt die Kurve Gestrada Stadtale in das von der Schmalspurbahn Locano, Domo d'Ossola durchfahrene Val Vigetzo mit dem Wallfahrtsort Santa Maria Maggiore. Zur hochgelegenen Kirche Santa Agatha und weiter auf den Monte Gioveso wie zur Kirche San Bartolomeo Valmara kurz vor der Grenze zum Tessin. Wandern kann man am Berghang entlang westwärts wandern nach Canaro Riviera über Traigo, Vigiona.